ja heute bin ich das bin ich objekte rein ja ja und ich kann ihn nicht hier geschossen anna schießt auf man kann nicht man kann die tür nicht öffnen indem man aber wenn man gegen wenn man gegenläuft ich habe sie schon okay deine aggressionsprobleme sind nicht immer der richtige weg der von euch ist laura okay laura erzähl uns was machst du das in spanisch sagt ich bin gerade durch die kisten durchgefallen wurde angeschafft und ich bin bei laura laura was nicht ich finde ich finde ich scharf genug es war ein großes von großes orange man nein ich bin wo ich dachte ich dachte kurz ne möfe ich sollte gerade noch so nein taube hilfe kann man nicht sagen kannst du auch also ich meine du kannst in der zeit in das ist kein problem nicht so gerne ist anscheinend schon raus ich habe irgendjemand gestorben der richtung hier muss ja immer entgegen gekommen sein wisst ihr wer der religiöseste fußballspieler Da oben, Wutka. David. Allah. Va. Josh hat übrigens auf mich geschossen. Oh, Josh ist noch am Leben. Okay. Ja. Das Wut gesniped von geradeaus. Das konnte nur geradeaus sein. Hinter mir war Deto und Co. Ah! Okay, jetzt weiß ich, wo man durch den Container fällt. Nora, ist es? Okay. Hilfe! Gib mir doch mal ne Wasser! Wird immer noch auf dich gesniped. Okay, Nora ist hier. Hab sie. Nice. Aber wer ist denn die ganze Zeit an Fallschaden gestorben? Also ich hab die Fallschaden gekriegt. Also ich dachte, ich hab simuliert, dass ich an Fallschaden gestorben bin. Aber ich hab nur 40 Schaden bekommen. Ich hab den Tiri Container auch mitgenommen. Okay. Wenn du so einen Schaden hast, ist klar. Okay, Josh ist safe. Dann lebt noch Laura. Laura lebt noch. Tiri! Oder? Okay. Ich dachte mir schon, dass ihr beides seid. Das hört sich mir jetzt einfach mal. Ich hab eigentlich gefallt. Frigo fährt ein Boot einfach. Ich hab wie gesagt so ne Boot gefallen und hab gesniped auf Josh. Also woher kommt das? Ich hab eigentlich gesagt, ich bin in der Geschlechtskrankheit. Wo hast du das Boot her? Das hab ich gechartert. Von dem Punkt aus sah das nur so aus für mich, als könnte ich nur von vorne beschossen werden. Da stand halt Anna grad mit ner Sniper. Ich hab gar keine Sniper aber in Ordnung. Das sah zumindest nach einer Sniper aus. Unfassbar, ich treff dich nicht. Die hab ich von Cutter Airlines gescharpert. Du kannst sowieso nichts treten. Das wissen wir doch schon vorher. Das Schiff ist hier hinten. Warte, ich fühl euch zum Schiff. Der ist glücks. Nee, 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 nee. Okay, Schiffstour. Ich nehm noch Bestellungen entgegen. Sie zuerst, sie zuerst. Ich weiß gar nicht, dass McDonalds auch auf Wasser liefert. Diese eine Container hat mich so hops genommen da grade. Diese Container nehm ich generell hops, weil du nicht damit rechnest und Sniper im Container stehst. Ja, die hirn ja noch. Aber die einen, wo du nach oben drauf kletterst, ist halt noch viel geiler. Wo du einfach durchfällst. Wenn du von oben einfach drauf springst auf die Container. Ich hab 60 Munition. Ah. Zusätzlich. Weißt du, ich geh in nen Scheiß Container rein und irgendwer ist hier drin. Auf mich wird geschossen. Gar nicht drin. Ja. Frego ist Zeitkick. Macht mir auch immer gut. Irgendwer ist gerade da noch drin. Das ist so Bullshit. Ja, du bist Zeitkick, Frego. Aber ich weiß nicht, ob MC's Fire... Nein, ich bin Deputy. Ich häng fest. Ach so, ja, da bleibt man. Frego, wie bist du Deputy ohne Sheriff? Ich wollt grad sagen. Muuu. 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 Okay, also Frego ist eine Puh. Auf Frego ist das Feuer... Auf Frego ist das Feuer... Auf Frego ist das Feuer... Achtem! Frego! Ja, Frego ist doch gekallt als böse Person. Ich glaube nicht, dass Frego böse ist. Frego ist gut. Die Frage ist, war einer Deckel und Frego hat auf einer geschossen. Oh! Oh! Verstehe diese Container. Ja, die Map ist toll mit den Containern. Da gibt's eigentlich nur einen Weg, den man geben sollte. Okay, mein Crystal wurde zerstört, aber ich hab keine Ahnung, wo mein Crystal war. Wie kann man eigentlich durch alle Container durchquitschen? Okay, durch den kann ich nicht quitschen. Eigentlich sind's, hab ich sogar nur zwei Container. Ist das was persönliches, Virgi, oder? Oder einfach nur ein Gefühl? Was? Ist das jetzt irgendwas Persönliches von dir, oder? Hey? Frego? Du magst mich nicht. Hey? Warum sollt ihr... Hey? Ich hab gesagt, Eri war's nicht. Achso, ich dachte... Eri mag ich nicht. Ich war verwirrt. Oh, oh. Nee. Ich weiß nicht, es gibt auch das große Schiff und da stirbt man hier hin, wenn man entlang geht. An dem... Schornstein. Okay, Josch ist nicht der... Geil. Ui! Was? Wir haben wieder mein Crystal gepressen, also echt. Hä? Doch. Anscheinend ja nicht. Nee, sie ist kein Super-William. Aber die ist gerade dahergelaufen. Entschuldigung. Aber so war's. Jetzt so, hä? Fabi. Nur falls ist Frego schuld. Hier, der ist immer schuld. Mein Crystal wurde gefressen. Ich hab's nur keine Ahnung, glaubst. Ich hab's... Trigger die... Die Kristalle gegessen hat als Sidekick. Und Sidekickst du da? Ja, du hast als Sidekick ein Messer, aber du kannst nur Kristalle von Tee essen. Oh. Sonst wirst du revealed. Als Sidekick. Was egal ist, weil wir wissen alle, dass Trigger... Ja, Frigo lebt. Ja, Frigo lebt. Hält nur die Schnauze. Ja, aber das ist unfair. Weil ich... Ich wurde... Ich wurde zum Sidekick geschossen. Das wollte ich gar nicht. Ihr fand hier, ne? Weiß ich... Ich weiß, ehrlich gesagt, wirklich nicht, wer was war. Und jetzt kann man... Ich hasse es, dass man so immer durchglitscht. Lora ist wie bei mir, aber ich hab keine Munition mehr. War... 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 Was cost... Es gibt nur noch den eigentlichen Jakel, ja. Aber war Frigotär. Ja, aber... Ja, aber stimmt, mans kann der... Weil... Doch, wurde Escombat angezeigt. 2 Aber es kann doch aber halt eine Fake-Leiche sein... Das war keine Absicht! Ich habe die Waffe angucken... Drei exciting gegangen. Also gerade den Körperkack... Hast du die Leiche gegessen? Ja ich habe mich mal geheilt, indem ich der Fake Buddy und der Cebrilla drauf habe Oh, Josh! Ich möchte mich auch heilen. Ja disappeared. im superwillen der auch kaputt gegangen ist war ja schweine also eigentlich kannst du noch hier sein wenn es wieder hat er mich als reflex angeschossen aber die hätten mich auch komplett töten hier ist böser aber ich habe zehn leben und hier ist zwischen uns und sandwich also ist gerade zwischen den containern durch ich hab keine muni mehr lass mich in ruhe ich dachte wir stecken uns nicht im baggie containern und dann immer wieder rein und raus ich hab dir zugeguckt ja ich wusste es echt nicht angeschossen doch ich wurde heute schon ja außer mir und ich würde dich aus wählen und ich war jemand ist hier gerade knöchterbruch ich sag komm mit frigo und mir als dreck und zeitlich gibt es ein paar geschichten aber carry das ist nicht freiwillig bei euch ich such hier den weg ich fand's lustig ich bin übrigens void man kann auch hier drin stehen und das ist richtig hier kann man draufstehen was ist das denn für ein ball da hinten ach nee boh nee der gast war hochgeschossen orgasmen vorsicht vorsicht tiri vorsicht ich bin bei der verrückten ich kann kein kristall platzieren weil er platziert wurde aber ich kann meine fähigkeit einsetzen weil kein kristall platziert wurde ja jeder liegt ab was ich habe mich am boden boden alles blau und silber instant copyright strike nein ja er kann auch ah oh mein gott ich bin ja beim protein zuerst und plötzlich kommt da so ne flugwolke hat was float oder was ist eine flugwolke dafür schenke ich dir ne kleine waffe nein die waffe sie ist runter gefallen nein tschüss Kamera hoch nora hat auf mich geschossen kann man da reinlaufen nora hat auf mich geschossen alter du hast mir über die helfe nein da gibt es auch neun strangen für dich neun strangen strangen ja strangen Tiri also also ich habe ich lebe noch aber ich komme nicht auf ja laura hat auf mich geschossen ne ne laura hat auf mich geschossen ich habe ein bullet bill mit bullet mic aber der ist leer der bullet mic naja bullet mic einer dreht mich warum der devil hat die leiche hi ich komme vom boot aus einer ist hundertprozentig safe er ist gegast ähm wirklich schöner launcher ja schon sehr ästhetisch ich habe die gerade aufgesammelt ja ja das ist nicht nur was wirklich strainer wirklich strainer wirklich strainer wirklich strainer wirklich strainer das ist doch der epic games launcher das sehe ich für sie das hasst und mein bye bye mein boot ist ausgelaufen hilfe verdient ok dann fahr ich weiter ich bin gestrandet im wasser ich bin zwar aber ich war diesmal tatsächlich nicht ach das ist zumindest war auf dem boot ich bin auch ein boot ich bin auch ein boot klappt nicht aber hier bleiben ja ich töte es wieso hier bleiben ich habe das ich habe das weil meine crystal war da wo du gerade warst ja hier ist nora ne hallo ich suche gerade nach dem der auf mich geschossen hat gerade ich schieße jetzt vom boot ich stand hier weil so anna mich in ihre wolke ich komme mal wieder aufs boot verwirrt jura hast du gerade anna gekillt ne anna ist noch da ne anna hier äh devil ähm auf mich wird geschossen und carol wird auch sein carol hat mich auf devil geschossen ok ja da guter call guter call also ich bin extra lieb zu thiri und sag so haha guck mal Thiri weil könnte dich erschießen können BAM bin ich tot guter call ja ja ich bin tot ich bin tot ne 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 ich hab' die einfach noch alles ich hab' die einfach noch alles 组 Komm Osten, Abonnieren Hallo Nora Ups, ich bin im Grunde geglitscht Hier ist ein Abel Ich bin vereist Da ist der Blasehase Was? Wieso kommt man hier nie durch? Wegen der GEMA Ne, also egal, ich war das ein Klimaschützer, die blockieren die Straße Was? Das ist die Pizza Was? Ne Super, hast du, willst du damit sagen, Klima Okay, okay, willst du damit sagen, Klima Willst du damit sagen, Klimaaktivisten sind Tiere Alles klar Ja Ich bin Fabian, ich bin zu schnell Und Carol, damit hast du völlig recht Das, das muss alle Expekte, Carol, dann okay Oh Gott, oh Ey, wieso bist du healthy? Ich hab dir vorhin den Headshot gegeben Nein, du hast daneben geschossen so wie immer Blutgespritzt auf deinem Kopf Du hast daneben geschossen so wie immer Auf mich wird geschossen von Norat geschossen auf mich Hä? Was für ich hab auf dich geschossen Ich hab den Diekel in der Hand Du warst als Einzige neben mir Ich hab den Diekel in der Hand Ich glaub ich hab's bekommen Ja, alles gut Ich hab nur noch 50 schon leben Äh, da, 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 da Das war Norat Oder? ich hab das nicht gemacht okay bye bye iri bye 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 ich wollte auch was draus ich finde schon wie rechts von mir ein bürger hochkommt aufs schiff und links ist die die schadegock möchte niemand auf mich schießen da bitte nein alter da ist jemand an den shark au er hat auf mich geschossen ist das weh josh, hast du dich selber platziert und bist reingelaufen eventuell wir reden nicht drüber negef au nein danke ich dachte ich hab noch einen kurzen moment nachdem ich sie gebläst habe aber josh, genau das ist mir letzte woche bei nach diesem tot passiert das ist ja wirklich dieser instant ready darf sich nicht ducken ne du musst vor allem rückwärts laufen und setzen ich bedanke mich für das zuschauen dieser folge bis zum nächsten mal ich grüße mein boot schade schade